Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute spielen wir mal eine Runde Bad Wars, aber mit einer besonderen Challenge denn ich darf nur meine Pickaxe benutzen, also ich darf mir Blöcke kaufen aber als Waffe darf ich nur eine Pickaxe benutzen, kein Knockback Stick, keine Schwerter ich glaube hier gibt es nicht mehr Knockback Stick, aber keine Schwerter oder sowas nur Pickaxe und Blöcke, ich glaube das heißt die Sturmwaffe Challenge oder so so hat man es glaube ich früher genannt oder? Ja bestimmt, safe und ja ich bin gespannt wie das Ganze hier enden wird und ob wir irgendwas reißen können und ja bevor das Video jetzt aber weiter geht, lasst auf jeden Fall gerne einen Like auf dem Video da denn Likes würden mich mega motivieren weiter Videos durchzuziehen ich bringe derzeit drei Videos am Tag raus, einmal um 12 Uhr, einmal um 15 Uhr, einmal um 18 Uhr und das würde mir sehr viel bedeuten, wenn ihr jetzt einmal einen Like da lassen könnt wirklich es vergessen so viele und bitte auch wenn ihr euch gerade nicht angesprochen wird genau ihr, genau euren Like will ich heute mal bitte sehen, bitte like dieses Video und ja ich würde sagen wir sehen uns in der Runde wieder okay Leute da sind wir jetzt auch schon in der Runde und das ist ein sehr interessanter Skin ja ich habe schon ein bisschen eingekauft, ich war gerade irgendwie komplett lost und habe vergessen einfach die Anmoderation für die Runde zu machen aber ähm das wird schon, okay hier ist der Erste gut, den haben wir gekriegt äh ich habe es gerade verkackt es sieht meine richtige Waffe auszuwählen okay nice Ersten Geseitigt, okay dann würde ich sagen wir gehen insta zu meinem Anderen Nachbar da ganz gut glaube, bevor der uns angreifen kann weil die Baisen Sisner sind sehr nahe aneinander dran tied nad 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 okay nice zweites Team Ausgelöscht let´s go hahahaha Er hat uns leider gekillt, aber das ist halb so wild, wir haben sein Bett abgebaut. So was will er jetzt noch gegen mich tun, so mäßig, wisst ihr euch mal? Aha, da hinten ist noch einer. Oder war das der, den wir gerade gekillt haben? Kein Plan, ich bin immer sehr schlecht darin, Überblick zu haben. Ach richtig, ne Spitzhacke ist ja gar keine Waffe. Okay, 3 Iron, zurück, Blicke, let's go. Kein Plan, ich würde sagen, solange ich hier nicht angegriffen werde, können wir mal in die Mitte gehen. Bin ich Teamping? Ich hoffe nicht. Nein, das ist Teamping. Hat er kein Bett mehr? Ach, das hier ist seine Base oder was? Okay, das war sehr interessant. Er hat das Spiel auch einfach verlassen, nachdem ich ihn jetzt gerade getötet habe. Was ist denn los bei dem? Warum verlassen die das Spiel? Oh nein, der Typ went durch. Oder? Ich bin da. Ich glaube, der Typ went durch zu meiner Base. Ich weiß auch nicht, was meine Base ist, weil man einfach auch nicht die Farben sieht. Achso, ich bin Team Blue. Aber wo sehe ich die Farbe von dem Team? Also in der Base. Ah, da hinten, okay. War da nicht gerade eben noch jeder Typ? Egal, komm, wir gehen einfach zu Aqua. Was soll passieren? Ah, okay. Wir müssen eigentlich nur noch ihn killen. Dann haben wir diese Challenge erfolgreich bestanden, würde ich sagen. Okay, super. Er kommt jetzt her. Okay, wenn wir uns jetzt nicht komplett dumm anstellen, dann sollten wir den Typen klatschen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich habe diese Challenge geschafft, Leute. Und ja, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, 4 Kills, 3 Tode, 4 Betten. Dann würde ich sagen, lasst ein Like auf diesem Video da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis in 3 Stunden und ciao.